Wir schauen voraus auf das Punktspiel-Wochenende mit den Dresdner Eislöwen. Es geht los morgen, am Donnerstag 19.30 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren. Am Samstag wartet dann um 19.30 Uhr der Herzi Freiburg. Und am Montag warten die Heilbronner Falken um 20 Uhr. Das alles live bei Sprit TV. Wir wollen ein bisschen vorausschauen, auch auf das, was der Mann neben mir, Nick, hört, vielleicht bald erreichen kann. Nämlich 100 Tore für die Eislöwen zu schießen. Bei 96 steht er. Drei Spieler haben es bis jetzt geschafft, mehr als 100 Tore zu schießen. Mit Sami Kartinen, Pitta, Sikora und Richard Richter. So, Nick, your fourth all-time for the club scoring goals with a 96 right now. I think that milestone, 100 goals for a team is a pretty good accomplishment and something you like to achieve. Yeah, definitely. Who would have thought about me scoring a hundred goals for the Ice Lions four years ago. But I'm very happy with how each year has gone by. I'm very excited to hopefully get into that company with scoring four goals by the end of the season. Yeah, I think if we keep playing the way we are and I'm liking the way my game is, I think I could achieve that sooner rather than later. Also, er hofft natürlich, dass er diese vier Tore, die jetzt noch fehlen, so schnell wie möglich schießen kann, weil das ja doch schon ein toller Club, sage ich mal, ist, wo man dann sich aufhalten würde in diesem mit über 100 Toren. Wer hätte das gedacht vor vier Jahren, als er gekommen ist. Er hat sich ja Jahr für Jahr weiterentwickelt und er ist auch ganz zufrieden, wo er mit seinem Spiel aktuell ist. Er schießt ja auch reichlich Tore jetzt in den letzten Spielen und da will er natürlich weitermachen. So, what is your takeaway after last weekend winning in Bar 12s and then the loss in Landshut? Yeah, it was a tough weekend for us, being on the road both games. But I think for us, it's a learning lesson. We got a lot of games coming up that are very important. And we take the positive away from Landshut, even though we lost, is we can't take our foot off the gas going into certain games. We have to play a certain way every game. We can't take one on, one off, because there's only, I think, 17 or 16 games left. And we have to win quite a bit of them to get into the eight spots. So this weekend coming up playing Kaufborn is a must win for us. And I think the boys are ready for it. Ich habe ihn gefragt, jetzt nochmal kurz ein Rückblick auf das Wochenende mit dem Sieg in Bar Tölz. Ein richtig gutes Spiel und dann in der Niederlage in Landshut. Der sagt, ja, man muss eben jedes Spiel für sich angehen. Jedes Spiel ist wichtig, weil es sind nur noch 16, die jetzt ausstehen. Und wir haben ja noch ein bisschen was aufzuholen. Aber es gibt auch Positives, was man aus dem Landshut-Spiel mitnehmen kann. Und genau das wollen wir jetzt für das Spiel morgen gegen Kaufbeuren. Denn wir wollen die Punkte aufholen. Die Playoffs sind das Ziel. Und da frage ich natürlich gleich nochmal nach. So the Playoffs is what it's all about. It's 8 points to the 8th place and 10 points to Kaufbeuren. Nothing is impossible with 16 games left. So that's what you're going for. Yeah, definitely. That's the reason why we play the game. That's why this weekend's a big challenge for us. We beat Kaufbeuren. We close the gap by three points. So I think these games that we play teams right around the 7th to last place spot are very important for us to win. So we don't give up any ground trying to catch that position. Also natürlich diese Spiele gegen die Teams, die so ab dem siebten Platz bis ganz runter sind. Das sind die ganz, ganz wichtigen, weil das eben die direkte Konkurrenz ist. Und ein Sieg gegen Kaufbeuren würde schon bedeuten, dass man wieder die Lücke um drei Punkte schließen kann. Und das ist natürlich das Ziel. So a quick look forward. Saturday, Freiburg. We played them twice. Lost both times. But I think especially the first game in Freiburg, which is a special place, I think. It's very cold and very old. We were close to winning. So what makes you comfortable that we can win this time? I think if we could get out to an early lead, it's obviously a long trip. Not the nicest rink in the league. But it's going to be a challenge because they've got a very good team and they're well coached. So if we could get out to a good start or manage the start of the game and then we could find our legs in the second and third. And if we get a lot of power plays, get that rolling. And then just play simple hockey. And I think we should be okay. Also ein frühes Tor wäre natürlich hilfreich dann in Freiburg, wo es nicht besonders schön ist jetzt an sich zu spielen. Es ist kalt und es ist ein sehr altes Stadion auch. Das heißt, es macht jetzt nicht besonders viel Spaß dort. Aber es ist auch eine richtig gute Mannschaft, die dann natürlich wartet mit einem richtig guten Coach. Ja, frühes Torschießen, darauf aufbauen, Power Plays nutzen und dann einfach das simple Spielen, das einfache Spiel durchziehen. Und dann sollte auch in Freiburg was möglich sein. So best of luck for the upcoming games. Thank you, Nick. Appreciate it. 19.30 Uhr, morgen Heimspiel gegen Kaufbeuren bei Spray TV. 20.30 Uhr, morgen Heimspiel gegen Kaufbeuren bei Spray TV.